Oh mein Gott, fine, 45 AIKH Fuck So leute ja ich weiß dass das gerade ungefähr eines der unnötigsten videos überhaupt auf meinem kanal war wir haben wenn ich du wäre aufgenommen und das facebook video also das video was ihr gerade gesehen habt habe ich im facebook gepostet und das ist so eskaliert dann dachte ich mir ich zeige es euch einfach mal schnell in youtube noch dazu wird auf jeden fall noch die komplette episode kommen von wenn ich du wäre es war so krass zusammen mit domo und david länger und ja ich würde mal sagen heute wenn es gefallen lassen daumen nach oben wenn ihr darauf freut kommt auf jeden fall jetzt in der nächsten zeit das komplette video online und leute das wird einfach der abriss ich würde sagen wir sehen uns morgen beim nächsten video haut da rein ciao